Jo, hallo und herzlich willkommen Leute. Ich bin mal gerade aufgestanden um dieses ÖI hier auszupacken, die Kinderüberraschung und das machen wir einfach. Das Video kommt gestern so gut an, deswegen kommen wir heute das zweite. Kostet ja nix, ne? Mein YouTube-Money regelt es auf jeden Fall. Nee, Spaß. Der Dank geht wieder raus an Mutter. Dankeschön. Und ja, dann öffnen wir wieder die Schokolade heute. Und heute in einem anderen Location. Wieder die Schokolade vom Fingerlutschum. Und wir haben wieder so ein Ei da drin, so ein gelbes Ding. Und das machen wir wieder offen. Heute auch wieder eine andere Perspektive. Und wie es aussieht, haben wir hier heute ein Elefantengrill. Wow, wie schön. Der ist so fucking cute, man. Okay. Fokussiert diesen wunderschönen kleinen Elefanten. Danke. Wie, der sieht schon cool aus. Der ist schon so ein bisschen gummilastig, haftig. Ja, und hat auch ein K auf dem Arsch, wofür auch immer das steht. Aber stellen wir den mal eben zur Seite und gucken uns an, was sich hier noch drin befindet. Es sieht nämlich nach einem Puzzle aus, ja? Aber ja, wir haben hier auf jeden Fall auch Puzzlestücke. Und jetzt mal die richtige Seite nach oben drehen, ja? Fettisch. Ich habe übrigens gerade auch was wunderschönes kaputt bekommen. Das zeige ich euch gleich. Moment. Ja, so. Und so. Und so. Und dann so. Und dann so. So süße Dinger. Diese Affe und diese Lion und dieses Elephant und dieses Crocodile. So cute. Und genau. Puzzle. Und dann kann man halt den Untergrund des kleinen wunderschönen Elefanten ändern. Also den Elefanten soll man dann wohl hier draufstellen. Oh, der bleibt aber nicht stehen auf meiner Couch. Das ist auch gut. So. Und jetzt zeige ich euch einfach mal. Genau. Einfach aus der Hand nehmen. Also aus dem Ding nehmen. So sieht das Ganze dann aus. Hier von oben. Und so. Und diesen kleinen Elefanten soll man eigentlich da draufstellen. Dann ist der, was weiß ich wo. Und ich zeige euch jetzt, was ich gerade kaputt gemacht habe, bevor ich die Schokolade esse. Und zwar habe ich dieses Teil hier, wo ich eigentlich mein Handy reinklemmen kann. Auf so einem Stativ. Ja. Das ist eigentlich mega praktisch. So. Habe ich aber gerade kaputtgerissen. Weil das da gehört eigentlich noch da unten dran. Die ist aber, wie gesagt, abgerissen. Ziemlich nah ist von mir. Kann man noch so draufstecken, so wenn man will. Könnte halten, muss aber nicht. Egal. Ich esse jetzt die Schokolade. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.